Der Jahrestag meiner Operationen hat sich. Ich habe an jenem Tag mein Augenlicht verloren. Ich wollte immer an einer Komödie mitspielen. Das war das letzte Genre, das mir noch fehlte. Tut mir leid für die Verspätung. Sie sind meine letzte Lieferung. Du bist Megan Summers. Sie hieß nur meine Rolle. Ich habe Nebelsturm bestimmt 20 Mal gesehen. Nur die Fortsetzung war scheiße. Wieso warst du nicht dabei? Ich habe aufgehört. Mann, das wird mir kein Mensch glauben. Ja, ich glaube, jemand ist in mein Haus eingebrochen. Der Film war alles für mich. Ein, die meine liebsten Kindheitseranungen sind, mit dem Kinder verbrannt. Ich träumte davon, mich auf der großen Leib anzusehen. Und jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Ich glaube, ich liebe dich. Ich glaube, ich liebe dich. Ich glaube, ich liebe dich. Ich glaube, ich liebe dich.